Ja, hallo Filmfans, willkommen zu einem neuen Unpacking Video. Diesmal, ja, seht ihr, kleines Päckchen? Ja, lassen wir uns mal überraschen, von BMV Medien, von der ist gerade eben gekommen. Machen wir mal das geile Teil auf. Ja, mal sehen, was sich dahinter verwirkt. Ja, naja, es wird langsam, wir haben uns gespannt, mal sehen, was sich dahinter verwirrt. Ja, wir haben schon, oh, ja, ja, es wird immer hotter. Oh, ja, ah, ja, hm, duftgeklebte FSK-Flätschen, aber sieht schon geil aus. Ja, die sind zwei, ähm, ja, im Verlauf D-Book, allerdings ist da, wie ich sehe, der FSK-Flätschen drauf gedruckt, aber egal, sieht echt geil aus. Das D-Book, ja, mal sehen, demnächst, wenn ich den Film gesehen habe, wird es auch, gibt es dann auch eine öffentliche, äh, eine ausführliche Review, zusammen mit dem ersten Teil dann noch, ja, auf jeden Fall. Das war mal in einem Päckchen-Video, halt die sind im Verlauf D-Book. Ciao und bis zum nächsten Mal.